Hey Cap'n, diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehöhrt zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von Stars. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCs Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der hunderttausend Zivilisten werden wohl tot enden. Äh, Korrektur. Untaut. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht, weil sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese Umbad im Gaben bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen's nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite. Nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay. Und lang zuerst. Jo, was geht ab, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen, beziehungsweise zur Demo von Resident Evil 3. So, dem Remake. So, wir haben Pistolenmunition. Das ist sehr gut. Die Karte benutzen. Okay. Zwei Mal Schießpulver. Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver. Alles klar, gar nichts. So. Ich muss jetzt gucken, wie es bei mir aussieht. Ob ich irgendwie so schwammig ist. Ob bei mir alles gerade so ein bisschen schwammig ist oder nicht. Weil ich hatte ein paar Probleme in letzter Zeit mit aufnehmen. Zumindest was die Konsolen angeht. PC eher weniger. PC ist gerade kein Problem. Konsolen ist für mich eher Schwierigkeit. Titel soll in einer Boulevardzeitung. Wer ist lesen, kann man Pause drücken. Für mich geht das weiter, weil ich habe Doom bei mir liegen. Und ich will Doom um den Start. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterberg, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Vereilen wir uns. Noch mehr grünes Kraut. Noch mehr grünes Kraut. Schießpulver. Plus noch mehr Schießpulver. Und rotes Kraut. Okay. Alright. Das erste, was wir machen, ist das Verstauen. Kann ich ja gar nicht kommen, das ist Quatsch. Es ist mega dunkel, ne? Muss ich kurz mal was ändern, irgendwann. H2-5-Zone auch so ist wie jetzt hier. Muss ich echt kurz ändern. Ich bin mal gespannt, wie der Schießen jetzt ist. Das ist doch ein Scherz. Motherfucker, stay down. Das ist immer noch voll... Das ist mir zu langsam, irgendwie. Das ist mir irgendwie zu langsam. Wartet mal, das passt mir gar nicht. Ich bin jetzt was ganz anderes gewohnt. Mal ein bisschen schneller oder so. Gucken, ob das mir jetzt ein bisschen hilft. Das ist mir viel zu langsam. Ich bin ja mega nervös, boah. Weil es mir viel, viel zu langsam ist. Das ist mir gerade hier noch mehr anfahren. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt ein bisschen hilft. Oder ob ich jetzt schon zu viel an der Konsole gezogen habe. WTF? Get the fuck away from me, motherfucker. WTF? Ich muss ja gucken, das dürfte jetzt für mich besser sein, glaube ich. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, das ist schon besser für mich. Ja, das ist auf jeden Fall besser jetzt geworden. Das ist way better. Letzter Schuss habe ich gerettet. Es ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Das ist für mich viel zu langsam. Ist hier irgendwas? ja jetzt hat er mich echt gedacht, ok was ist das? ok Carlos, ich hab die Hauptstraße erreicht. Und jetzt? Siehst du einen großen Stromast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst, die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du und dann bestimmt wird er das Feuer fertig. Leck mich. Ich muss das laschen. Ja. Okay, das ist nicht weit. Aber es ist kein Verblumen. Ein paar Schritte zurück. Und noch ein bisschen. Okay, da ist das Zeug. Okay, da kommt er rein. Was ist das hier? Gucken wir mal kurz, was hier auf dieser Seite so ist. Okay, das ist ein Safe. Tagebuch eines Drogenbesitzers. Tagebuch eines Drogenbesitzers. Aber ich muss das nicht. Das sind sie nicht. reluctant! Ich bin noch gesund. So ist alles in Ordnung. Okay. 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 Goddamn, bitch. Fotoscoules. Hochwertige Schießpulver. Was ist das? Acht nach links. Eins nach rechts. Und neun nach links. Okay. Ist das das für diesen Serverster gesehen haben? Könnte sein. Ich versuch das einfach mal. Ich versuch das einfach mal. Ich versuch das einfach mal, würde ich sagen. Irgendwann ja hier oben, ne? Und hier oben. Und hier oben? Ja. 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 Hier. Ich versuch das ja. Ja. Okay, warte mal kurz. Acht, eins. Hä? Acht. Eins. Ah, hab ich keine Ahnung. Scheiß drauf. So wichtig wird es für mich halt auch nicht sein in dieser Demo. Hier waren wir. Okay, dann waren wir schon drin. Wo wir jetzt reingehen ist... Ah, komm mal her, Jungs. Ah, komm zu Daddy. Bisschen closer, closer, closer. Das war zu leid. Hey, ich glaube, schau mal zu. Okay, das sind 26. Ihr seid hoffentlich alle tot. Seid ihr tot? Mann, ich will jetzt hoffen, dass ihr tot seid. Flintenmunition. Wird nicht schon drei Stück davon? Einmal kurz. Wird ich gerne ein Tipp brauchen für irgendwas. Äh... Das ist Trash. Das ist so fucking Trash. So toll? So toll? So toll? Du bist tot jetzt, oder? Ich will mir echt helfen, wenn du tot wirst. Und... Ihr beiden. Kommt mal, kommt zu mir. Ja, closer. Viel näher. Noch ein bisschen näher. Das ist eine Barrel, das gefällt mir. I like it, but I see. Komm mal her, Jungs. Bisschen closer, closer, closer. Ihr seid ein bisschen zu nahe. Kommt ein bisschen näher, ein bisschen näher, ein bisschen näher. Und... Handwerker hatte. Ich hab so viel Flintenmunition aus dem Raum, ne? Ich hab so viel Flintenmunition aus dem Raum, ne? Das kann ich nicht noch mal weiter kombinieren, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, weiter kombinieren können wir es gar nicht mehr. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Weiter geht das nicht. Und hier noch irgendwas? Du bist aber tot as fuck, oder? Ja, geht so aus. Die Inventar ist voll, oder? Ja, so ein Scheiß mit mir. Ich weiß nicht, wie ich ihn schaue. Ich weiß nicht, wie ich ihn schaue. Ich weiß nicht, wie ich ihn schaue. Okay, das ist der erste. Das ist der erste. Das ist so vieles, das ist. Oh, shit! Das ist für mich mit dem Ziel irgendwie zu schwammig, ich weiß nicht warum. Muss ich mich mega konzentrieren bei mir, ich weiß nicht ob das jetzt damit liegt, dass ich mit der Tastatur in letzter Zeit gezockt habe, mit Maus und Tastatur, wenn ich deshalb vielleicht so ein bisschen am Arsch bin, aber es ist irgendwie ein bisschen anders mit Maus und Tastatur zu zocken als mit Controller. Oh, Löschschlauch, das ist nice. Das muss das Büro der U-Bahn-Görgenschaft sein. Oh, das ist ein Leitbaden, Eisenbahnleitfaden. Okay. Aber hier ist uns auch glaub ich nix. Das was wir wollen, haben wir sowieso schon. Handgranate. Schießpulver. Ich habe aktuell gar keine Verwendung für Maus und Tastatur. Ich muss was droppen, glaube ich. Brauche ich noch? Das brauche ich sowieso. Boah, was kann ich denn jetzt hier droppen? Also das kann ich nicht wegwerfen. Das kann ich wegwerfen, aber das nicht. Ich habe die Hoffnung, dass ich durchkomme. Ich habe die Hoffnung, dass ich durchkomme. Aber du kannst ja so viel, viel, zu wenig. So, ich habe jetzt den Löschschlauch. Ich habe das was ich will. Das was ist das denn? Die schalltaffe? Da war ich schon, da bauen wir nicht hin. So, ich würde sagen wir löschen jetzt dieses Feuer. Wie kommst du her. Du warst noch tot. Komm her Bitch. you were dead as fuck motherfucker der wichser war tot, wieso ist er wieder hochgestanden son of a bitch er kann doch glaub ich hier hinter gehen oder nicht Tresor Schießpulver Inventarbox Pistolen Munition Warum läufst du nicht? Yo I don't know Alter Go 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 Fuck this guy let's go What the hell is this guy? Jesus Christ Ich hätte das Zeug nicht wegschmeißen sollen was ich hatte Ja ich weiß auch nicht was ich sonst hätte droppen sollen Gott Gott Okay das muss jetzt hier raus Was machst du? Bleib doch nicht hin Was machst du? Bleib doch nicht hin Take the shit away from me Take the shit away from me Gut So das soll's dann auch gewesen sein danke fürs spielen so dann kann ich ja mit Doom starten Tode Tode 21 Minuten Tode 1 Figurenzuschritt 1 von 20 So liebe Leute ich bin mal fürs zuschauen bis zum nächsten Projekt bis dahin haut rein und tschüss 6 6 6